Elisabeth Ebeling, die ungleichen Schwestern, gelesen von Jasmin Stab. Vor undenklichen Zeiten lebte in Spanien ein Graf, dem es an keinem Gut der Erde mangelte. Er besaß ein herrliches Schloss mit zahlreichen Zimmern, mit großen Sälen und weiten Hallen, die von Gold und Silber erklänzten. Hinter demselben befand sich ein schattiger Garten, worin duftige Blumen und kühlende Springbrunnen zu schauen waren. In den Zweigen des Parks, der diesen begrenzte, hingen lockende Früchte, nisteten lebliche, bunt gefiederte Vögel, deren harmonischer Gesang das Ohr entzückte. Eine Schar von Dienern hatte seiner Befehle. Maultiere standen für ihn in den Stellen. Prächtige Wagen setzten sich auf seinen Wink in Bewegung. Kurz, er besaß alles, was das Leben schön und beneidenswert macht. Und doch war er nicht glücklich. Eine eitle, nur den äußeren Vorzügen huldigende Frau verbitterte ihm das Dasein. Ihre bezaubernde Schönheit hatte ihn verlockt, sie zur Gattin zu wählen. Nur zu schnell hatte er erkannt, wie trügerisch der Schein ist. Unter den sanften, lieblichen Zügen der Donner Estella versteckten sich ein böses Herz, ein eitler Sinn, ein hartes, grausames Gemüt. Don Rodrigo Solanum war durchaus das Gegenteil von seiner Frau. Er besaß einen vortrefflichen Charakter. Er war mild und freundlich, sanft, gefällig und friedliebend und fühlte sich daher sehr unglücklich an der Seite seiner stolzen, zänkischen Gemahlin. Da begab es sich, dass der Himmel dem so ungleichen Paar zwei Töchterchen bescherte. Lange schon hatten beide Eltern den innigen Wunsch gehegt, ein Kind zu besitzen. Und nun ging der selber auf eine so herrliche Weise in Erfüllung. Voller Entzücken stand Don Rodrigo an der goldenen Wiege, in der seine Kinder, in rotseidene Kissen gebettet, dem Leben entgegenschlummerten. Auch Estella schaute mit liebendem Auge auf die kleinen Schläferinnen, die so friedlich nebeneinander ruhten. Auch sie schienen durch das unerwartete Glück sanften und liebevollen Herzens geworden zu sein. Leise beugte sie sich hinab und hauchte einen langen Kuss auf die Stirn ihres ältesten Zwillingstöchterchens, während sie das Händchen der anderen Lipkosen mit dem Finger berührte. »Estella«, sagte Rodrigo, erfreut über diese ungewöhnliche Gemütsbewegung seines Weibes. »Estella, wir wollen dem Himmel danken für das herrliche Geschenk, welches er uns gemacht. Wir wollen unsere Töchterchen zu guten, edlen Menschen erziehen, wollen uns bemühen, ihre Herzen zu bilden, dass sie vor allen Dingen«, fiel ihm Estella ins Wort, und ein spöttisches Lächeln verstellte ihr schönes Gesicht. »Vor allen Dingen lass uns darauf denken, wie wir den Kindern die Gaben verschaffen können, die ihnen ein frohes, glänzendes Leben gewähren.« »Ich verstehe dich nicht«, versetzte Rodrigo. »Wohlmöglich«, erwiderte seine Frau, indem sie geringschätzend die Achseln zuckte. »Du hast wie gewöhnlich nur an die Nebensachen gedacht, während ich mich mit wichtigeren Angelegenheiten beschäftigt habe.« »Die Erziehung, die Herzensbildung unserer Töchter«, begann Rodrigo, »ist bei weitem nicht so beachtenswert, als die Vorzüge, welche ich ihnen zuwenden möchte«, unterbrach ihn Estella mit zorniger Gebärde. »Ich habe daher auch bereits alle Anstalten getroffen, um die Kinder nach meinem Sinn glücklich zu machen. Schon gestern sind Boten in die Ferne geeilt, um Bella und Dorette, die größten und mächtigsten der Feen, zur Taufe zu laden. Sie werden den Kleinen die Gaben verleihen, die ich für nötig erachte, um glücklich zu werden. Schönheit und Reichtum, Glanz im Äußeren, sowohl in der Gestalt als auch in den Verhältnissen. Meine Töchter sollen die holdesten und schönsten und reichsten Jungfrauen des Landes werden.« »Estella«, sagte Rodrigo mit sanfter Stimme, »bisher habe ich deine Launen ertragen, habe all deine Grillen erduldet, weil mir der Frieden wert ist. Jetzt aber muss ich mich dir widersetzen.« »Die Zukunft unserer Kinder ist mir heilig. Auch ich habe bereits Sorge getragen, für das wahre Glück ihres Lebens zu wirken. »Viola, die holde Fee der Bescheidenheit, du hast es doch wohl nicht gewagt, sie zur Taufe zu laden!« rief Estella mit zorniger Stimme. Don Rodrigo nickte. »Ja«, sagte er fest, »Viola wird Patenstelle bei den Kindern übernehmen und ihnen die Gaben verleihen, die sie gut, tugendhaft und glücklich machen werden.« »Nimmermehr«, entgegnete die ärgerliche Frau, »die unscheinbare Viola, die weder Schönheit noch Reichtum besitzt, soll meine Töchter nicht beschenken. Ich verachte die Gaben derselben. Meine Kinder sollen nicht unscheinbar und bescheiden. Sie sollen strahlend, schön und allgemein bewundert werden.« In ähnlicher Weise stritten Rodrigo und Estella noch lange miteinander. Ersterer beharrte fest auf seinem Willen, letztere blieb mit Hartnäckigkeit bei ihrer Meinung. Endlich wurden die kleinen Schläferinnen durch die zornigen Stimmen erweckt. Mit leisem Weinen öffnete die eine, mit lautem Geschrei die andere die Augen. Erstere beruhigte sich, sobald sie ihren Vater erblickte, und streckte ihm verlangend die Ärmchen entgegen. Auch das Geschrei der Zweiten verwandelte sich bald in ein helles Jauchzen, welches ihr der Glanz einer funkelnden Schnalle entlockte, die Estellas Gürtel zusammenhielt. Mit beiden Händen griff sie nach dem blitzenden Geschmeide und führte dieses dann, in der Meinung, den gewünschten Gegenstand ergriffen zu haben, zufriedenlächelnd an den Mund. Dieser zufällige Umstand beendete den Streit. »Lass uns Frieden schließen«, rief Estella ihrem Gatten zu. »Die Kinder zeigen uns ja selbst einen Ausweg. Da der Himmel uns zwei Töchterchen geschenkt, wollen wir uns darin teilen. Nimm du die Jüngste, sie lächelt dich ja immer so freundlich an. Ich dagegen werde die Älteste wählen. Das Kind zeigt schon jetzt vortreffliche Eigenschaften. Schau nur, wie verlangend sie nach der Diamantenschnalle greift.« »Ja, mein Herzchen«, fuhr sie fort und nahm die Kleine liebkosend in die Arme. »Du sollst mir gehören. Dich werden die Feen mit Schönheit und Glanz begaben. Du wirst glücklich sein, wirst die Bewunderung und den Neid deiner Mitmenschen erregen.« Rodrigo versuchte es zwar, diesem Ausspruch entgegenzutreten, indem er nicht jenem Einfluss auf sein erstgeborenes Töchterchen zustimmen wollte. Doch scheiterte er an dem Starrsinn seines Weibes, dessen Willen er sich leider bereits zu oft gefügt hatte. Endlich musste er nachgeben und ihr das alleinige Recht auf die Erziehung des von ihr gewählten Kindes zusprechen. Während sie ihm gelobte, sich in keiner Weise um den Jüngsten der Zwillinge zu kümmern. Einige Tage nach diesem Streit war das Fest, auf dem die kleinen Mädchen ihre Namen erhalten sollten. Das Fest, zu dem die Feen geladen waren. Ein goldener, von bunt gefederten Vögeln gezogener Wagen, brachte Bella, die Vieh der Schönheit, und Doretta, die Vieh des Reichtums, zum Schloss Rodrigos. Viola, die Bescheidene, kam zu Fuß. Ein einfaches Gewand von weißem Stoff umschloss ihre Gestalt. Ein Kranz von Pfeilchen umgab ihren Kopf. Bella dagegen, deren strahlende Schönheit wahrhaft bewunderungswürdig war, und Doretta, ihre Begleiterin, erklänzten von Gold und Juwelen. Herrliche Kleider von bunten Seidenstoffen hüllten sie ein, Perlen und Edelgestein blitzten aus ihren Haaren. Nachdem die Feen von dem Elternpaar begrüßt waren und nachdem sie die Erfrischungen eingenommen, welche man für sie bereitet hatte, näherten sie sich der Wiege ihrer Patenkinder, um denselben einen Namen und die Angebinde zu verleihen, welche sie ihnen bestimmt hatten. Doretta und Bella traten auf einen Wink der Mutter an die rechte Seite des kleinen Lagers, wo der Liebling Donna Estellas in süßen Träumen lag. Viola beugte sich über das Töchterchen, welches der Obhut des Vaters übergeben war. Ihre Hand, dem Säugling auf die Stirn legend, sprach dann zuerst Doretta mit lauter, weithin tönender Stimme, »Des Reichtums herrschende steigende Macht, des Goldes leuchtende schimmernde Pracht, die Fülle der Schätze sei dir gegeben, mit strahlendem Glanz begab ich dein Leben.« Sie legte, nachdem sie geendet, ein Beutelchen von Samt und ein Kästchen aus Edelgestein in die Hände der Donna Estella und trat dann zurück, um ihren Platz an Bella zu überlassen. Diese zog mit einem kleinen Zepter magische Kreise über das Gesicht des Kindes und flüsterte dabei in beschwörender Weise, »Der Reiz der Gestalt, der Schönheit Gewalt, der die Herzen sich neigen, sei dein Eigen.« Hierauf sprachen Doretta und Bella zusammen, »Wohl, Menschenkind, Reichtum und Schönheit sind dein, und Atropa möge dein Name sein.« Neugierig hatte Estella indessen den Samtbeutel und das Edelsteinkästchen geöffnet und den Inhalt derselben mit staunender Bewunderung betrachtet. Ersterer war bis zum Rand mit funkelnden Goldstücken gefüllt, aus Letzterem leuchtete ihr ein Schmuck aus Perlen und Rubinen entgegen. »Dieser Beutel«, sagte Doretta zu ihr tretend, »enthält zwanzig Duplonen und besitzt die Eigenschaft, sich nimmer zu lehren. Atropa mag so viele der Goldstücke herausnehmen, als es ihr beliebt. Sie werden sich immer von Neuem ersetzen. Das Kästchen dagegen wird ihr jederzeit die Schmucksachen liefern, welche sie begehrt. Aber nur Atropa soll imstande sein, Beutel und Kästchen zu benutzen. Keinem anderen wird es gelingen, den glänzenden Inhalt derselben herauszuholen. Bewahre die kleinen Odin sorgsam für deine Tochter und überreiche sie ihr, wenn sie das zehnte Lebensjahr vollendet hat.« Nachdem Doretta gesprochen hatte, ertönte eine leise Musik von sanftem, unbeschreiblichem Wohllaut. Zu dem Klang derselben sprach Viola, die Hand auf die Stirn des noch ungenannten Säuglings gelegt. »Frohen Mut, bescheidenen Sinn, Erdenkind, nimm sie hin, sei hienieden, stets zufrieden.« Leise verhalte die Musik, die Fee nestelte ein Pfeilchen von dem Kranz, den sie im Haar trug, und übergab es dem Vater ihres Patenkindes. »Bewahre es sorgfältig,« sprach sie mit wohllautender Stimme, »und befestige es an des Kindes Brust, sobald dasselbe den ersten Schritt getan.« »Nimmer wird es welken, das Holdeblümchen, und gleich ihm wird die kleine Tube rosa sich entfalten, ein Bild lieblicher Bescheidenheit, eine Freude ihrer ganzen Umgebung.« Bella und Doretta hatten indessen miteinander geflüstert und näherten sich jetzt der anderen Seite der Wiege, um, wie sie mitleidig bemerkten, der armen, so schlecht bedachten Tube rosa, ein wenig von ihrem Überfluss mitzuteilen. Aber Rodrigo trat ihnen in den Weg. »Haltet ein, ihr mächtigen Feen!« rief er mit fester Stimme. »Mein Töchterchen bedarf nichts von den Gaben, mit denen ihr sie überschütten möchtet. Reichtum und Schönheit sind gefährliche Geschenke. Selten nur kann ein Sterblicher ihren Versuchungen widerstehen. Meine Tochter soll keine anderen Gaben erhalten als diejenigen, welche die Natur ihr zuteilen wird, und die Güter, welche ich ihr hinterlassen werde, sind genügend, sie vor jedem Mangel zu schützen.« Die auf diese Weise zurückgewiesenen Feen zuckten verächtlich die Achseln. Estella aber rief mit zorniger Stimme. »Das sieht ihr gleich, darin erkenne ich deinen niederen Sinn, deine kindische Denkungsart.« »So weise denn auch ich!« fuhr sie fort und wandte sich zu Viola, welche Miene machte, sich über die kleine Atropa zu beugen. »Jede Gabe dieser von dir geladenen Fee auf das Entschiedenste zurück. Ich verachte Demut und Bescheidenheit und will nicht, dass meine Tochter gleich dem Pfeilchen im Verborgenen erblühe.« Rodrigo wollte etwas erwidern, aber ein Strom von Scheldworten schloss ihm den Mund. Bald darauf entfernten sich die Feen, wie sie gekommen. Doretta und Bella in ihrem prächtigen Wagen, Viola still und geräuschlos zu Fuß. Auf diese Weise endete das Tauffest der Zwillingsschwestern. Schon am nächsten Morgen nahm Estella die kleine Atropa gänzlich unter ihrer Obhut. Sie bewohnte von nun an den einen Flügel des Schlosses mit derselben und erzog sie hier so, wie sie es für nötig hielt, um des schönen und glanzvollen Loses wert zu sein, welches ihrer harte. Rodrigo dagegen übergab sein Töchterchen der Obhut einer gewissenhaften Wärterin, die wohlbefähigt war, die zarte Kindheit desselben zu überwachen. Als die Kleine heranwuchs, als ihre Geisteskräfte sich entwickelten, übernahm er selber die Leitung ihrer Erziehung. Er bildete ihren Geist und ihr Gemüt, eiferte danach, die köstlichen Gaben Violas zu hegen und den Keim, den dieselbe in die Seele des Kindes gesenkt, zur Blüte zu entfalten. Estella dagegen konnte kaum den Zeitpunkt erwarten, an dem es ihr gestattet war, die Geschenke der mächtigen Feen in die Hände Atropas zu legen. Ihre Erziehung beschränkte sich darauf, dem Kind Sinn und Begierde nach äußeren Dingen, Hang zur Putzsucht und Eitelkeit, ins Herz zu flößen. An ihrem elften Geburtstag erhielt das selbe den Beutel und das Kästchen, welche ungezählte Reichtümer zu ihren Füßen legten. Juwelen besetzte Spangen, funkelnde Nadeln und Schnallen, Diamantringe von strahlendem Glanz, gingen auf einen Wink Atropas aus dem Wunderkästchen hervor. Der Beutel spendete goldene Duplonen in unermesslicher Fülle. Da nun dem Kind nicht gelehrt wurde, diese Reichtümer zum Segen für sich, zur Freude für andere zu gebrauchen, da sie von der Mutter nur Anleitung erhielt, sie allein zu ihrem eigenen Vergnügen, zur Förderung ihrer Putzsucht zu benutzen, so wurde jedes Gefühl für höhere Dinge in ihrem Herzen getötet. Vom Morgen bis zum Abend war es ihr eifrigstes Bestreben, sich mit schönen Gewändern zu schmücken oder neu hervorgezauberte Goldsachen zu versuchen. Ihr liebster Aufenthalt war der Gesellschaftssaal des Schlosses, dessen Wände aus Spiegelscheiben bestanden. Dort übte sie sich dann in den verschiedenartigsten Stellungen, lächelte ihrem Bild zu, machte demselben anmutige Verbeugungen, versuchte, welche Miene ihr am besten stand und fand immer neues Vergnügen in dem Beäugeln ihrer kleinen Person. Anderer Art waren die Beschäftigungen ihrer Zwillingsschwester. Tuberöschen hatte nur wenig Zeit, um an ihren Anzug zu denken. Ein einfaches Kleid von weißem Stoff umschloss gewöhnlich die zierliche Gestalt des Mädchens. Ein Kranz von Pfeilchen bildete an Sonn- und Festtagen den beliebtesten Schmuck derselben. Das unverwölkende Blümchen, welches sie als Patengeschenk von Viola erhalten hatte, duftete stets in einer kleinen Vase auf dem Tisch, an dem sie ihre Arbeiten machte. Und sie hatte deren nicht wenig zu vollenden, denn ihr Vater ließ sie in den verschiedenartigsten Dingen unterrichten und trug Sorge, sie auf jede Weise zu bilden. Die Nachmittagsstunden waren besonders angenehm für Tuberöschen. An der Hand Don Rodrigos besuchte sie die Armen und Kranken der Umgegend und brachte Trost und Hilfe in die niederen Hütten. Für jeden hatte sie ein freundliches Wort, eine willkommene Gabe. Ihre Gegenwart wurde überall mit Freuden begrüßt. Auch bei den vornehmen Familien der Umgegend war Tuberöschen ein allgemein beliebter Gast. Die Eltern sahen es gern, wenn sie zu ihren Kindern kamen, denn ihr Beispiel wirkte heilsam auf das Benehmen derselben. In dieser Weise wuchsen die Zwillingsschwestern zu Jungfrauen heran. Als sie das 18. Jahr erreicht hatten, wurde ein großes Fest veranstaltet, zu dem sämtliche Gutsbesitzer der Nachbarschaft und alle Untertanen Don Rodrigos geladen waren. Kaum war es möglich, verschiedenartigere Erscheinungen zu erblicken als die beiden Königinnen des Festes. Atropa, schön wie der Tag, eine hohe, stolze Gestalt, das Gesicht von schwarzen Locken um Wald, prangend in den herrlichsten Gewändern, strahlend vom Glanz edler Steine und goldener Ziraten. Tuberöschen, wie immer, ein Kleid von duftig-weißem Stoff tragend, das blonde Haar mit einem Feilchenkranz geschmückt. Ein großer Schwarm von Bewunderern drängte sich um die bezaubernde Atropa, die es wohl verstand, gefallen zu erregen, denn sie war trefflich geübt in den Künsten einer feinen Geselligkeit. Ihre Unterhaltung, obgleich sie sich nur auf oberflächliche Dinge erstreckte, wurde auf eine leichte und ansprechende Art geführt. Sie spielte mehrere Instrumente mit großer Geläufigkeit und sang wie eine geübte Sängerin. Tuberöschen verstand nichts von diesen Künsten, ihr fehlte die Gabe, sich über einen unbedeutenden Gegenstand, über ein Nichts unterhalten zu können. Daher blieb sie anfänglich ziemlich unbeachtet und wurde keiner besonderen Aufmerksamkeit gewürdigt. Nach und nach bildete sich aber ein Kreis der Gediegeneren und der jüngsten Gäste um das Lebemädchen. Letztere hatte sie um ein Märchen gebeten, wie sie es ihnen, wenn sie ihre Eltern besuchte, so häufig zu erzählen pflegte. Und Tuberöschen war sogleich bereit gewesen, den Wunsch der Kinder zu erfüllen. Sie zog sich in eine Ecke des Saales zurück, nahm zwei ihrer kleinen Zuhörer auf den Schoß, gestattete den übrigen, sich so dicht als möglich um sie herumzudrängen und begann ihre Erzählung. Diese war so lieblich und zugleich so sinnig, dass die junge Schar bald in laute Beifallsbezeigungen ausbrach und dass auch ein großer Teil der erwachsenen Gäste zum Zuhören bewogen wurde. In diesem Augenblick trat ein neuer Ankömmling in die geöffnete Tür des Saales. Es war ein schöner, hochgewachsener Jüngling in reicher, geschmackvoller Kleidung. Erstaunt ging ihm Rodrigo entgegen und fragte nach seinem Begehr. »Entschuldigt, meine Dreistigkeit!« begann der Fremde mit wohlklingender Stimme. »Dass ich, ein euch Unbekannter, es wage, euer Schloss zu betreten. Allein ich vernahm in der Nachbarschaft, dass ihr den Namen Solanum führt. Und da ich demselben Geschlecht entstamme, so stelle ich mich euch als ein Verwandter vor und bitte um gastfreundliche Aufnahme. Ich nenne mich Alfonso Solanum, mein Vater heißt Petro. »So seid ihr ein Sohn meines Vätters!« rief Don Rodrigo, den jungen Mann in seine Arme schließend, und somit ein willkommener Gast an dem Ehrentag meiner Töchter. Er ergriff die Hand des Jünglings und führte ihn zu Tuberosa, die ihn errötend begrüßte. »Hier, mein Kind«, sagte er, »hier bringe ich dir den Sohn meines Jugendfreundes und lieben Vätters. Sorge für seine Unterhaltung und Bewirtung. Ich wünsche, dass er sich in unserem Schloss heimisch fühle. Denn ich hoffe, er wird lange als ein lieber willkommener Gast darin verweilen.« Zum großen Leidwesen der Kinder wollte Tuberöschen die Erzählung ihres Märchens nun unterbrechen, um für die Bewirtung ihres Vätters Sorge zu tragen. Dieser aber gab ihr die Versicherung, keiner Erquickung zu bedürfen, und bat sie so herzlich, sich nicht stören zu lassen, dass sie dem Flehen der Kinder nachgab und in ihrer Erzählung fortfuhr. Der junge Mann hörte ihr mit nicht geringerer Aufmerksamkeit zu als die Kleinen, welche sie umringten. Das Märchen, das Tuberöschen erzählte, war auch wohl geeignet, das Entzücken jedes Hörers zu erregen. Es verriet ebenso viel Geist als poetische Begabung und wurde auf eine äußerst liebliche und anziehende Weise vorgetragen. Indessen hatte sich das Gerücht von der Ankunft eines unbekannten Vätters im Saale verbreitet und war auch zu den Ohren Atropas getrungen. Diese, gereizt darüber, dass der Fremde nicht sogleich in ihre Nähe geeilt war, gab einem Diener den Befehl, ihn augenblicklich zu ihr zu führen. Alfonso war eben im Begriff der bescheidenen Tuberosa, die ihr Märchen beendet hatte, für den gehabten Genuss zu danken, als ihm die Botschaft Atropas überbracht wurde. Nur zögernd leistete er der ergangenen Aufforderung Folge. Das holde Mädchen, welches den lieblichen Zauber jungfräulicher Reinheit in ihren Zügen trug, hatte seine Teilnahme erregt, und nur ungern verließ er ihre Nähe, um sich in die Gesellschaft ihrer älteren Schwester zu begeben. Atropa, ein Gewand von Pfeilchenblauem Samt tragend, das herrliche schwarze Lockenhaar mit einem Diamantreif gekrönt, trat ihm mit einem freundlichen Lächeln entgegen. Alfonso verbeugte sich und suchte nach Worten, sie geziemend zu begrüßen. Aber die Zunge versagte ihm den Dienst. Die überwältigende Macht der Schönheit, welche ihm hier entgegenstrahlte, beraubte ihn der Sprache. Erst nach einigen Minuten gelang es ihm, sich so weit zu fassen, um die Anrede Atropas beantworten zu können. Mit großer Freude bemerkte diese den Eindruck, den sie auf den Vetter gemacht. Die Gestalt desselben gefiel ihr. Feine Kleidung zeugte von Reichtum, und seine Manieren waren die eines feinen Edelmanns. Außerdem hatte sie von ihrem Vater vernommen, dass er ungeheure Besitzungen in einem fernen Weltteil besaß, Grund genug für die eitle Schöne, um nach seiner Bewunderung zu streben. Sie bot demzufolge alles auf, um sich im besten Licht zu zeigen. Sie spielte mehrere brillante Stücke auf der Harfe, sang mit bewundenswürdig starker und metallreiner Stimme und entfaltete eine große, wahrhaft glänzende Unterhaltungsgabe. Ihr Vorhaben gelang ihr auch auf das Vollkommenste. Wenn auch Alfonso hin und wieder Sehnsucht empfand, zu der bescheidenen Tuberosa zurückzukehren, wenn es ihm auch bisweilen scheinen wollte, als fehle es Atropas Spiel an Wärme, ihrem Gesangengefühl, ihre Unterhaltung an Herzensbildung, so erlag er dennoch der siegenden Gewalt ihrer Schönheit. Fest und fester wurde sein Entschluss, dieser so hochbegabten Jungfrau seine Hand anzubieten und schon am nächsten Morgen um sie zu werben. Früh am anderen Tag, nachdem er auf seinem Zimmer gefrühstückt hatte, begab er sich nach dem Flügel des Schlosses, den Atropa und ihre Mutter bewohnten. Auf seine Frage, wo das Fräulein zu finden sei, wies ihn der Diener in ein prächtiges Zimmer, welches durch einen Gang mit dem Speisesaal in Verbindung stand. Ungeduldig wartete hier Alfonso auf das Erscheinen der Jungfrau, welche er um eine kurze Unterredung hatte bitten lassen. Doch vergebens harte er eine Stunde nach der anderen. Atropa, mit ihrer Toilette beschäftigt, hatte die Meldung des Dieners überhört und demzufolge keine Ahnung davon, dass der, für den sie sich schmückte, sie im Nebenzimmer erwartete. Endlich riss ihm die Geduld. Im Garten sangen die Vögel so lieblich, die Blumen winken so verlockend, dass er beschloss, sich ein wenig im Freien zu ergehen und später sein Heil noch einmal zu versuchen. Er öffnete die Tür, doch in der Erregung nicht die richtige, sondern diejenige, die ihn den Gang führte. In der Meinung, dass Letzterer mit dem Garten in Verbindung stehe, ging er vorwärts und befand sich nach wenigen Schritten am Eingang des Spiegelsaals, der durch einen Samtvorhang von dem Gang getrennt war. Neugierig schob Alfonso denselben ein wenig beiseite und sah nun ein Schauspiel, welches ihn mit dem höchsten Staunen erfüllte. Inmitten des Saales stand Atropa in gewähltester, glänzendster Toilette. Gold und Juwelen blitzten in ihren Haaren, an ihrem Hals, ihren Armen und Fingern. Das Kleid, welches sie umwallte, bestand aus purpurfarbigem Seidenstoff. Ihr Untergewand war von Silberfäden gewirkt und die Schleppe mit Diamanten besetzt. Dies schöne und prächtige Bild wurde zwanzigfach durch die Spiegelscheiben der Wände zurückgeworfen. Atropa betrachtete sich aufmerksam vom Kopf bis zu den Füßen. Dann machte sie mehrere tiefe Verbeugungen und beobachtete, wie sie sich dabei ausnahm. Hierauf nahm sie die verschiedensten Stellungen an, indem sie den Kopf bald auf die eine, bald auf die andere Seite neigte. Endlich ergriff sie eine Gitarre, hing dieselbe über ihre Schultern, warf sich anmutig auf einen Sessel und studierte, wie sie sich am vorteilhaftesten sehen könne. Erst mit Staunen, dann mit Lächeln hatte Alfonso diesem eitlen Treiben zugesehen. Wie kann ein Mädchen, das so reich von der Natur ausgestattet, danach streben, die Bewunderung, die ihr schon in so hohem Grad zuteil wird, durch so armselige Künste noch zu vermehren? Flüsterte er vor sich hin. Er bedachte nicht, dass Eitelkeit eine der unersättlichsten Leidenschaften ist, die auch die geringste Gelegenheit benutzt, um die Zahl ihrer Triumphe zu vermieren. Plötzlich unterbrach sich Atropa in dem Bewundern und Studieren ihrer Schönheit. Das Band, welches die Gitarre um ihre Schultern befestigte, war an einem ihrer Ohrgehänge sitzen geblieben. Hastig zerrte sie daran. Der Schmuck fiel herab und verwickelte sich dabei in dem Kantengewebe, welches ihre Ärmel umgab. Ungeduldig stampfte Atropa mit den Füßen, als es ihr nicht gelang, den Brillantreif aus den feinen Fäden loszulösen, welche ihn gefangen hatten. Noch einmal versuchte sie ihr Heil. Dann überzog eine dunkle Zornesklot ihr Gesicht. Sie ergriff die Klingel, die in ihrer Nähe stand, und schellte mit großer Heftigkeit. Gleich darauf öffnete sich eine kleine, im Hintergrund des Saals befindliche Tür, und das Kammermädchen der Gräfin eilte herbei. »Annunziata«, herrschte diese sie an, »Deine Nachlässigkeit überschreitet alle Grenzen. So schlecht hast du meinen Ohrring befestigt, dass er sich bei der kleinsten Bewegung loslöst. Eile dich nun, ihn aus dem Gewebe zu befreien, aber hüte dich wohl, auch nur ein Fädchen der herrlichen Kanten zu zerreißen. Du weißt, dass sie von meiner Elternmutter stammen und unersetzlich sind. Mit zitternden Händen versuchte es das Mädchen, den Befehl ihrer Herrin zu erfüllen. Aber vergebens. Der Diamantreif hatte sich so fest in dem Spitzengewirr verwickelt, dass es ihr nicht gelang, ihn daraus zu befreien. Immer heftiger stampfte Atropa mit den Füßen, immer ängstlicher wurde die arme Annunziata. Plötzlich gab es einen Ruck. Der Ohrring fiel zur Erde und mit ihm ein Teil des köstlichen Gewebes. In demselben Augenblick erhob Atropa die Hand. Ein schallender Schlag traf die Backe der Dienerin, welche diesen Schaden verursacht, und ein Strom von Schmähungen ergoss sich über das arme Geschöpf, das umsonst mit tränenden Augen um Verzeihung bat. Alfonso hatte genug gesehen. Leise ließ er den Vorhang fallen und schlich in das Zimmer zurück, wo er vorher so sehnlich auf das Erscheinen der bezaubernden Atropa gewartet hatte. Jetzt erblickte er dieselbe in einem anderen Licht. Er suchte und fand nun die richtige Tür und begab sich in den Garten, auf immer von dem Vorsatz geheilt, der gefallsüchtigen, eitlen und heftigen Jungfrau seine Hand anzubieten. Fortan hatte ihre Schönheit jeden Reiz für ihn verloren. Er konnte den Ausdruck tiefer Wut nicht vergessen, den er in diesen regelmäßigen Zügen gesehen, konnte es nicht vergessen, wie kündisch ihr Benehmen vor den Spiegeln gewesen war. desto mehr lernte er erkennen, welchen Reichtum an innerem Wert die bescheidene Tuberosa bag. Wie Atropa bei näherer Bekanntschaft nur verlor, so gewann ihre Schwester mit jedem Tag, den man in ihrer Gegenwart verlebte. Dem bescheidenen Pfeilchen gleich entfaltete sie sich anmutig vor dem, der sich zu ihr hinabbeugte. Alfonso war täglich ein Zeuge ihrer Herzensgüte, ihrer Bereitwilligkeit, anderen zu helfen, ihrer Sanftmut und Freundlichkeit gegen höhere und geringere, lernte sie mit jedem Tag inniger Verehren, aufrichtiger Leben. Tuberöschen, das sagte ihm sein Herz, würde ihm eine treue Gefährtin, seinen Untertanen eine sorgende Mutter sein. Und so bat er sie denn, nachdem er einige Monate ein Gast ihrer Eltern gewesen, ihn zum Gemahl zu nehmen. Das holde Mädchen, welches den edlen Sinn Alfonsos erkannt hatte, willigte ein, die Seine zu werden. Und Rodrigo, dem der Sohn des teuren Jugendfreundes, ein willkommener Eidam war, gab mit Freuden seine Zustimmung. Schon nach wenigen Wochen wurde die Vermählung des jungen Paares vollzogen, wobei es nur zwei erkrimmte und mürrische Gesichter gab. Atropa und ihre Mutter waren keine frohen Zuschauerinnen bei der Festlichkeit, welche der bescheidenen Tuberosa galt. Erstere hätte so gern den schönen und reichen Alfonso gefesselt. Es erfüllte sie mit Wut, dass ihre so unbedeutende Schwester den Preis davongetragen. Donna Estella war ebenfalls aufs Höchste erbittert, dass ihre wenig beachtete Tochter dem schönen glänzenden Lieblingskind vorgezogen war. Mit Schälenblicken betrachtete sie das Glück derselben und beschloss, keine Mühe zu sparen, um ihrer herrlichen Atropa einen nicht minder ausgezeichneten Gatten zu verschaffen. Bald nach der Hochzeit begab sich das junge Ehepaar in seine neue Heimat, nach dem fernen Weltteil, wo sich die Besitzungen Alfonso's befanden. Nur mit schwerem Herzen trennte sich Tuberöschen von ihren Eltern. Wenn ihr die Mutter auch niemals Liebe bewiesen hatte, so war es ihr doch ein bitterer Gedanke, sie verlassen zu müssen. Viel schmerzlicher aber war ihr der Abschied von ihrem Vater, den sie mit so tiefer Innigkeit verehrte. Nur die Versicherung desselben, dass er ihr später folgen werde, um für immer bei ihr zu wohnen, vermochte sie zu beruhigen. Schon nach wenigen Monaten erfüllte Rodrigo dies Versprechen. Nachdem er alle seine Angelegenheiten seines Hauses geordnet und die Bewirtschaftung seiner Güter einem treuen Verwalter übergeben hatte, verließ er die Heimat und die Gattin, die ihn nie geliebt, die Tochter, die es nie gelernt hatte, ihn als einen Vater zu betrachten. Mit offenen Armen wurde er von Tuberöschen und deren Gatten empfangen. In inniger Zufriedenheit floss nun das Leben dieser drei durch das Band der Eintracht vereinigten Menschen dahin. Sie besaßen jegliche Bedingung zum wahren Glück, gegenseitige Liebe und herzliches Wohlwollen gegen ihre Mitmenschen. Duberöschen und ihr Gemahl und später auch ihre Kinder waren die Wohltäter der Armen, die willkommenen Gäste der Reichen. In der Hütte, wie im Palast, wurden sie mit Freuden gesehen. Sie linderten die Not der Bedürftigen. Sie verbreiteten Behagen im Greise der Begüteten. Erst mehrere Jahre nach dem Hochzeitsfest ihrer Schwester vermählte sich die stolze Atropa. Ob schon es ihr nicht an zahlreichen Bewunderern gefehlt hatte, war es ihr doch nicht gelungen, früher einen passenden Gemahl zu finden. Im Vergleich gegen Alfonso waren ihr anfänglich alle Männer hässlich und unliebenswürdig erschienen. Dann verlangte sie auch einen hohen Rang und so viele äußere Vorzüge, wie sie selten bei einem Sterblichen zu finden sind. Endlich, als sie schon an der Grenze der Jugend stand, wurde sie mit einem entfernten Vetter, der ebenfalls aus der Familie Solanum stammte, bekannt und diese, durch keinen glücklichen Zufall gewarnt, trug ihr seine Hand an. Atropa, vor deren Augen er Wohlgefallen gefunden, nahm seine Werbung an und die Hochzeit wurde mit allem nur erdenklich im Prunk gefeiert. Doch war diese Ehe, wie es sich voraussehen ließ, nicht so glücklich als die Tuberosas und Alfonsos. Atropas Herz konnte keine wahre Liebe empfinden und Estella, die bei dem jungen Paar geblieben, trug nicht dazu bei, den Frieden desselben zu mehren. Gegenseitige Kälte und Entfremdung stellten sich bald nach der Vermählung ein. Und selbst als der Himmel ihnen ein Töchterchen bescherte, wurde Atropa nicht besser, nicht glücklicher. Von ihrer Mutter ermuntert, suchte und fand sie nur außerhalb des Hauses ihr Vergnügen. Nur, wenn sie sich in glänzender Gesellschaft selber als die strahlendste und schönste bewegte. Nur, wenn sie der Ruf Bella Donner, schöne Dame, empfing, nur dann leuchteten ihre Augen, nur dann fühlte sie sich glücklich. In diesem hohlen, weltlichen Treiben flossen ihre Jahre dahin. Endlich trat mit leisen, gespenstigen Schritten das Alter an sie heran und tastete mit erbarmungsloser Hand an ihrer Schönheit. Die Frische ihrer Haut entschwand, die Zeit schrieb ihre Runzelschrift in die weiße Stirn, in die blühende Wange. Sie zog silberne Streifen in das schwarze Gelock des Haares und beugte die hohe Gestalt. Mit Entsetzen sah Atropa dieses Schwinden ihres höchsten irdischen Gutes und bot alle ihr zu Gebote stehenden Mittel auf, um die Zeichen des Alters zu verbergen. Schwarze Farbe musste den Haaren das frühere Aussehen zurückgeben, weiße und rote Schminke den Schmelz der Jugend ersetzen. So bewegte sie sich noch eine Zeit lang als Bild der Täuschung in der Gesellschaft. Endlich aber vermochte auch die Kunst nichts mehr gegen die gebieterische Hand der Vernichtung. Sie wurde nicht mehr bewundert, nicht mehr gefeiert. Und da sie es nie verstanden hatte, sich durch Liebenswürdigkeit Freunde zu erwerben, da sie selbst ihren unermesslichen Reichtum nie dazu gebraucht hatte, anderen eine Freude zu bereiten, so stand sie nun einsam und verlassen da. Denn auch ihr Gatte hatte sich schon seit Jahren nach einem fernen Gut zurückgezogen, weil er sein Töchterchen nicht dem Einfluss der Mutter aussetzen wollte. und Estella war ihr vor geraumer Zeit durch den Tod entrissen worden. Nichts war der bedauernswürdigen Atropa geblieben, als der traurige Rückblick auf ihr nutzloses Leben, als das jammervolle Gefühl ihres öden, freudeleeren Daseins. Ihren Gemahl zu einer Rückkehr zu bewegen, gelang ihr nicht. Dieser hatte zu viel durch die zwänkische Gemütsart seiner Frau, durch die Launenhaftigkeit derselben gelitten, um eine Wiedervereinigung wünschen zu wollen. So ging sie also einsam und verlassen ihrer Sterbestunde entgegen. Als der Tod sich ihrem Lager nahte, als ein kalter Hauch ihre Augen berührte, da erschienen Doretta und Bella vor ihren erlöschenden Blicken. »Wir kommen, wie es uns die Königin geboten«, sagten die Feen. »Wo wir Patenstelle vertreten haben, da müssen wir auch den letzten Seufzer entgegennehmen. Wir fragen dich nun, bist du glücklich gewesen? Haben unsere Gaben dich froh und zufrieden gemacht?« »Nein, oh nein, ihr Feen«, rief die Sterbende, »wenn ich mein Leben noch einmal beginnen, wenn ich noch einmal wählen könnte, dann würde ich andere, bessere Güter von euch erbitten, als die Geschenke, welche meine Mutter von euch erflähte. Ich bin nur dem Anschein nach glücklich gewesen. Schon lange empfinde ich das öde Gefühl eines nutzlosen Daseins, eines verlorenen Lebens. »Dir ist geworden, was deine Mutter verlangte«, entgegneten die Feen mit harter Stimme. »Was der Mensch säet, das muss er ernten.« »Du wirst nun«, fuhren sie fort und zogen magische Kreise über das Gesicht der Trupas. »Du wirst nun, wie alle Sterbliche, an deren Wiege Feen gestanden, in eine Pflanze verwandelt werden und als solche fortleben auf Erden. So gestattet wenigstens, dass ich dann von Nutzen bin, dass ich als Pflanze zur Nahrung oder zur Freude diene«, bat Atropa, ihre Hände flehend emporhebend. »Nein«, erwiderte Dorette, »wie dein Leben gewesen, muss auch dein Fortleben sein. Du wirst eine schöne, giftige Blume werden und den Namen tragen, den du früher so gern gehört, der dein Stolz, deine Freude gewesen.« »Und der Nutzen, nach dem du verlangst«, setzte Bella hinzu, »er soll darin bestehen, dass du den Menschen helfen wirst, die Verheerungen des Alters zu verbergen. Man wird Schminken aus dir bereiten, herrliche Schminken, um der gerunzelten Wange den Schein der Jugend wiederzugeben.« »Wir mir«, sagte Atropa, »so werde ich auch hierin bestraft. Die Torheiten, die ich begangen, die ich jetzt so bitter bereue, ich soll sie fördern helfen, auch wenn ich nicht mehr lebe?« Da ertönte eine leise Melodie, wie die Klänge einer fernen Äolzhafe. Erstaunt öffnete die Sterbende noch einmal die Augen. Doretta und Bella waren verschwunden, aber in himmlischer Milde beugte sich Viola über ihr Lager. »Ich habe deinen Wunsch vernommen«, sprach sie sanft. »Ich weiß, dass du deine Torheiten bereust, dass es dich trösten wird, wenn du in Zukunft Nutzen und Heil verbreiten kannst. Ob schon es nun nicht in meiner Macht steht, den Spruch meiner Vorgängerinnen zu ändern, so will ich das Urteil derselben zu mindern versuchen. Freilich wirst du unter der Hülle einer schönen, giftigen und zur Schminken benutzten Blume dein Erdenleben weiterführen. Aber du sollst auch die Eigenschaft besitzen, Kranke zu heilen. Du sollst die Bestimmung erhalten, manche Übel des Menschen vertreibend zu helfen. »Ich danke dir für diesen Trost«, sagte Atropa. »Nun wird es mir leichter, die Strafe, die mich erwartet, zu dulden.« Sie sank zurück und gab ihren Geist auf. Das Alter Tuberöschens war ein schöner, friedlicher Schluss ihres glücklichen, freudeverbreitenden Lebens. Sie fragte nicht nach den Verheerungen der Zeit, sie kümmerte sich nicht um Runzeln und graues Haar. In ihren Kindern, die frisch und blühend um sie heranwuchsen, fand sie die eigene Jugend, den Lebensfrühling wieder, der bei ihr zum Winter geworden. Erst im hohen Alter, nachdem Alfonso ihr seit Jahren vorausgegangen, nahte ihre letzte Stunde. Doretta und Bella standen nicht an ihrem Lager. Aber Viola war zugegen, als sie die Augen schloss. »Auch du«, sagte die Fee, indem sie einen Kuss auf die Stirn der Kreisin hauchte, »Auch du wirst als Pflanze weiter blühen auf Erden. Doch wie dein Leben gewesen, so soll sich auch ferner dein Dasein gestalten. Freude und Zufriedenheit sollst du verbreiten. Nutzen und Behaglichkeit jedem gewähren, der dich ehren und pflegen wird, wie es dir geziemt. Sei von mir geweiht zu einer der nützlichsten, fruchtbringenden Pflanzen. Sei dazu geweiht, das Los der Armut erleichtern zu helfen, wie du es im Leben so oft getan. Der Spruch der Feen ist zur Wahrheit geworden. Die ungleichen Schwestern haben die Eigenschaften erhalten, welche ihnen zugeteilt wurden. Die Älteste kennen die Menschen unter dem Namen Atropa belladonna oder Nachtschatten. Die andere begrüßen sie als Solanum tuberosum, als Kartoffel. Beide entstammen der Familie der Solanen. Amen.